Es sind 40%. Kannst du dich erinnern an die Schabwehr? Von 20 auf 28 Sekunden. Alter, dann wollen wir mit der 58. Na gut. 46. Also, die drei Kreuzer in der Mitte plus das Schlachtschiff und Jan gehen auf C. Die beiden Schlachtschiff und der Kreuzer gehen mit mir zusammen auf B. Ich verteile den B dann erst mal. Wir fahren nicht nach B rein, sondern ich lege euch davor in Smoke, dass ihr euch dann... Also die Kreuzer auch auf E, ja? Die drei Kreuzer? Die drei Rechten auf C. Die Kreuzer hinter mir. Also quasi nur alle Kreuzer. Ach, scheiße. Stimmt, das ist ne Orla. Das ist ne Orla. Dann kommt Agro mit der Cuda-Soft mit. So, so macht man das. Was war das denn? Da war wieder der Upsnacker. Das hat's richtig gemacht. So macht man das. Wow. Da war der Upsnacker, Harry. Ach, ich war auch zu C, ne? Damaged enemies. Äh, Akko? Ich war auch zu C, ne? Ja. Ja, ja. Kein C. Ja, C halt. So, okay. Nach C, wenn wir C haben. Aber warte mal. Karsten, du gehst auch mit nach C. Okay. B. Alex und Agro und Tobi machen das dann hier. Sollen wir uns denn defensiv positionieren oder gucken, dass wir... Ihr cappt es. Also ihr geht da... Also erstmal defensiv komplett. Schon hart rein. Akko, sollen wir ein B rein? Nein. Sonst würde ich dort an der Ecke stehen bleiben. Ja, kannst du. Dann willst du uns denn da einen Smoke reinlegen? Kann ich machen. Ich fang mit gerne an der Insel an. Am besten so, damit du den... ... bis ins Cap noch rein. Ja, mal gucken. Damit halt vielleicht noch... ... die Noten, äh... ... mit Kreuzern noch capen kann oder so. Mal schauen, ob ich dort klappe, bis ich bis in C reinkomme. So, zwei Schlachtschiffe zu 10. Äh... Nico? Ja? Kannst du das Spotting bei B übernehmen, weil dann cap ich A? Ja. Okay. Mhm. Bei C wäre dann beschissen aber auch super. Ich lege euch jetzt hier einen Smoke hin. Wie sollen wir den Pinsen da jetzt auf Teufel? Komm raus und da her, ja? Ja, hier im Smoke rein. Okay, die haben eine Benson zum Cap von A geschickt. Benson hier vorne, bitte rausfokusen. Kudos hier auch. Welcher Kreuz ist das bei euch, ganz unten? Kudos auf. Kudos auf. Kudos auf. Wo cap ich jetzt B? Zur Sicht. Das kann man nicht so öffentlich für hinstellen. Kann man nicht so öffentlich für hinstellen. Das kann man nicht so öffentlich für hinstellen. Aber ich weiß nicht, dass die D. Okay, die flankieren wollen uns bei A flankieren. Das ist nur ein Kreuzer, definitiv wer A bespammt. Ja. Gute Sache, Magi Benson, okay. So, wir haben C. Ich komm da hinten an den Zweck. Hast du... Nein. Komm näher ran an B. Torpedobombe oder B? Der vordere Teil vom Smoke hält nur eine halbe Minute, das sind über eine halbe Minute. Akku, bei dir? Wie lange der Smoke? Der Smoke hält nur 20 Sekunden. Der erste Teil. Ja. Oh, die NC hier vorne, ja die brennt auch schon. Der ist gelöscht. Äh, bitte was? Ich mach denen jetzt das Flakfeuer an. Hab's an, hab's an. Ja, ich hab's hoch. Das war schlecht. Das müssen wir in Zukunft noch machen. Das kann ich... Das muss nächstes Mal besser noch. Oko, ich setz ihn fest, ne? Gib... Gib Gas. Versuch hinter die andere Insel zu kommen, da wo Tobi jetzt ist. Ok. Wo er nur einmal ne Zeta frisst. Dass ihr hier die Kruse, die Schlachtschiffe, ich weiß nicht, ob er in die Insel rüberkommt. Er steht da hinten. Ne. Robi, du hast ja nen Smoke. Ich hab nen Smoke, ja. Aber... Also wir hätten nur von der rechten Seite gefokust bisher. So, ich kann gleich wieder nen Smoke legen. Arco, was sollen wir bei C machen? Einfach erstmal nochmal weiter und nen Smoke legen. Am Rand. Das gäbe es oder wie? Ne, ihr pusht da weiter. Das sind nur vier Gegner bei euch. Die müsstet ihr fertig machen können. Ja. Dann halte ich den Smoke erstmal noch ein bisschen, bis wir näher dran sind. Guckt, dass ihr den in die NC dann rausfokust. Facht euch ja schon schön. Ja. Und wir gehen ebenfalls in deren Richtung. Tops. Die NC muss raus. Die C ist gleich Geschichte. Glaubste gleich. Auf den Smoke jetzt zuproschen, weil wir... Achtung, die schießen quer rüber. Genaffen? Ja, ja. Werden sie hier vorne? Gutes Off. Bitte rausnehmen die Kreuzer. Jetzt müsstet ihr leichtes Spiel haben. Das ist nur noch ein... Also push da aggressiv rein. Ja, NC. Wir blockieren hier den Eingang. Kommt die Benzen. Und zwar mit Full Speed. Nicht die Breitseite zeigen, Marvin. Wieso zeigst du hier die Breitseite? Hinter mir, ja. Zeig mich die Breitseite. Dann dreh ich um und fang sie ab. Konzentriere ich euch auf den kleinen Eingang hier bei mir. Vielleicht kannst du ja nen Flieger rüber schicken, Nico. Wohin? Hierher, wenns geht einen. Okay, ne der ist umgedreht. Gutes Off steht euch da an der Seite. Oh, Carsten ist hier. Ja, wir müssen weit auseinander. Weil Carsten die beste Position an der Insel hat. Die, die angeschlagen sind, bitte zurückfallen. Zünd, freu sterben. Neue Taubbomber. Ja. Marvin. Das kann ja nicht sein. Ich zünde defensives Flakfeuer. Die Taubbomber. Jetzt sind sie. Anti-Aircraft-Gun-Crews are on full alert. Farbs. Da hast du nur wieder Smoke, Jan. Ich hab Smoke breit. Ich wollte den gerade noch mal legen. Ich muss nur gerade noch mal in Ehren ohne Lenny's hinterher. Nice, ich hab nen Top-Treff auf die Benson. Soll ich hier machen, Jan? Soll ich weiter pushen, oder? Ich kann euch hier gleich wieder hinlegen, Alex. Wir haben grad Radar an. Yo. Ich hab irgendwas gezielt. Könnte sein, dass die Headshaper ja flow ist. Ich weiß auch nicht, ob sie hat die Headshaper. Ich fang jetzt ran, dann zuck ich euch da ein. Dann müssen wir ein bisschen langsamer werden. Ich weiß, wie gesagt, die Schlachtcheffer da hinten. Die Kudosoft fokussieren. Der Wanderer. Achtung. Das macht meine Wände. Alex und Tobi. Da kommt nämlich gleich ein Schlachtchef um uns von hinten. Wo? Hier, von hinten. Oh. Guck mal, wer sonst kommt. Ulf, du bist ein bisschen vorm Kurs abgekommen, oder wie ist das? Hä? Du hast doch gesagt Push. Ja, wo bist du denn? Das zink ich wieder an. Dann sollte ich da zurückfahren? Ich weiß nicht, ich stand so ein bisschen blöd. Kannst du dir nachher im Replay angucken. Achtung, Tops. Entweder fahre ich zurück, oder ich fahre da lang. Guck so auf, hat mich hier festgemagelt. Also... Fokus nach hinten hin. Ja. Ich guck doch, ich guck nach hinten. Ich versuche irgendwie Angst, dass da so ne... so ne Benson rumkommt. Und da bissl was reinschmeißt. Benson muss hoffen. Oh ja. Ach, hast du vorder, zurück gesetzt. Hm? Oh, Penus. Oh, da ist er. Raus mit der Benson. Oh, ja. Marvin, pass auf, ich will der Torps nicht nach rechts drehen. Nicht nach rechts drehen. Passt du jetzt nur noch auf eine Salve Torps auf? Kudusov in der Seite. Ah, das ist zu heiß. Du blockst mich, Marvin. Da kommt Torps. Da kommt sie auch. Ja, ja, ja. Ich kreue ich mal zwischendurch da durch. Carsten, komm mal ein bisschen ran zu uns. Wie man den vordersten? Wir würden unbedingt sagen, wenn der ein Smoker fährt. Mhm. Der erste in 49 Sekunden. Ich hab Hayef, das ist jetzt wieder normal. Wir haben nur noch ein Schlachtschiff. Da ist die Schapayef. Die Kudusov ist auch hinten zu uns. Schlachtschiff wird auf die Schapayef. Guck, das ist sie gleich noch. Nice. Äh, okay. Warte mal, das jetzt hier ist. Die Kudusov, die Benson, die Schokaku. Okay, ähm. Ich geh mal die Kudusov, ja. Red nach B ein. Ulf, du holst dir den einen Kreuzer. Der Kreuzer auf jeden Fall auf die Benson. Die Kudusov. Die Kudusov. Halt den Strom. Ja. 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 Der gleich vorbei mit Caps. Ja. Gut. So, 0 möchte ich ja mal sagen, wenn jetzt noch einer stirbt, der... Ja. Der wird verprügelt. Ich wollte. Der Rücken ist getriggert. Dann ruhe schon mal den Knüppel raus. Detektor, da ist die Benson wieder. Ja. Darauf kommen wir auf mich. Hier, defensivschlapp. Der Magi verdrückt wird. Dass er diese sehr von der Benson ablenkt. Nein. Ich bin im Engel. Fühlt euch weg. Fünfzig Punkte. Jetzt einfach keine Risiken mehr eingehen. Was ist... wenn noch? Ja, gut. Dann dauert es nicht, es wird länger, das geht recht. Ich glaube, ich erreiche der Magi nicht mehr. ich lande geht doch das lief gut alter schwede ja erik erik was ich sagen wollte die arme magie ist halt ziemlich nutzlos wenn sie nicht ihre hinteren drei türme nutzen kann ja ja aber trotzdem wenn der nc ihre türme auf dich richtet dann zeigst du ihr keine breitseite ja hab ich auch nicht du wolltest es hast du den eindruck gemacht dass du es wolltest nein ich wollte nur meine türme abfeuern naja dann hast du mich abgedrängt bei der nc musst du vorsichtig sein die pennt dich immer schnell im winkel durch die hohen bögen ja aber wenn ich genau spitze vorausfahre dann kann die mich auch pennen das stimmt auch da müsste man halt mal gucken was finde ich das wir vielleicht besser machen müssen defensives flag war unbedingt an also alle drei das gleichzeitig zünden das ist halt kacke ja es war halt alle haben es gleichzeitig angesagt und dann gedrückt und da ging es fast um sekunden weil du hast ja gesehen die haben noch nicht mal gespreadet die haben noch nicht mal gespreadet das finde ich halt auch mal so lächerlich machst du das an anderen sparen sie nicht ich weiß nicht wie früh du das mal zünden musst genau aber ja aber natürlich nur der marvin hat wieder versagt das stimmt nicht ja